Hey Leute, der Koch-Content, den ich gerne alles auf einem Kanal draufgepackt hätte, den wird es in Zukunft hier nicht mehr geben. Den werde ich auf einen anderen YouTube-Kanal, auf dem Kanal Keine Sterne Küche hochladen. Link dazu findet ihr direkt unter diesem Video. Und die Katzen-Ladung, die volle Ladung Katze, so wie die hier. Sag mal Hallo! Für die wird es ebenfalls noch einmal einen extra YouTube-Kanal geben, nämlich Katzenhausen. Auch der ebenfalls unten drunter verlinkt. Ansonsten wünsche ich euch in der nächsten Zeit viel Spaß mit allen anderen, was ihr vor mir finden werdet, bezüglich Kochvideos, Katzen und auch Gaming-technisch. Grund dafür ist, dass ich das Ganze leider dadurch, dass ich alles im Kochbereich auf Deutsch halten werde, ist es halt so, dass sich das ziemlich beißt mit der sprachlichen Barriere auf der Gaming-Seite, denn da bin ich grundsätzlich international unterwegs. Und ja, da ist halt Englisch die einzige Sprache, die halt alle verstehen. Von daher kann das auf Deutsch leider nicht funktionieren. Ja? Hm? Ja. Also wenn ihr mehr vom Kochen und dem Schmusebären hier sehen wollt, einfach die jeweiligen Kanäle abonnieren. Würde mich freuen, wenn ihr das tut. Und bis zum nächsten Video, Leute. Tschü!